Herzlich Willkommen zu unseren Patientengeschichten mit Herb aus der Afgatius Klinik Nord in Hamburg. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und doch liegt es uns am Herzen, Ihnen die beeindruckende Patientengeschichte hinter diesem Bild zu erzählen. An meiner Seite begrüße ich hiermit recht herzlich unsere Patientin Frau Lohse und den behandelnden Oberarzt Herr Dr. Wilde. Hallo zusammen. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Frau Lohse, der 27. Februar, der wird Ihnen wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben. Ja. Mit wehenden Fahnen und Blaulicht kamen Sie in die Afgatius Klinik Nord nach Heidberg. Ja. Können Sie mal kurz beschreiben, was für Beschwerden haben Sie den Notabzug liefen lassen? Es fing um 3.30 Uhr des Nachts an und ich muss sagen, ich hatte ein paar Wochen vorher schon ähnliche Symptome und habe das aber so abgetan, weil es wieder weg ging. Was kommt, geht auch wieder. Aber in der Nacht ging es nicht weg. Und zwar hatte ich ein Brennen, ein fürchterliches Brennen direkt in der Mitte meiner Brust. Und das wurde immer schlimmer und hörte auch gar nicht mehr auf. Also das erste Mal, als ich das schon mal hatte, war da eine Pause. Dann kam es nochmal, weil diesmal überhaupt nicht. Und dann kam das Angstgefühl. Ich habe gemerkt, das stimmt irgendwas nicht. Und ich habe natürlich viel zu lange gezögert, mir Hilfe zu machen. Ich habe meine Tochter erstmal angerufen, um es kurz zu machen. Ich bin dann erst um circa 8 Uhr, glaube ich, in die Klinik gekommen. Und haben Sie denn irgendwelche anderen Beschwerden gehabt? Luftnot, Ausstrahlung in den Arm oder Schwarz vor Augen werden? Nein, da überhaupt nicht. Also beim ersten Mal bei dem Infarkt war wirklich nur dieses fürchterliche Brennen in der Brust. Und mehr war nicht zu beklagen, wirklich nicht. Herr Dr. Wilde, jetzt ist es so, dass häufig gesagt wird, Frauen ticken anders. Frauen Herzen ticken anders. Ist es so, dass Brustschmerz das Leitsymptom ist bei Herzinfarkt, also so wie bei Frau Lohse der Hinterwandinfarkt? Oder gibt es auch andere Symptome? Also es ist typischerweise schon das Hauptsymptom, klassischerweise bei Männern. Man weiß aber bei Frauen, dass dort sich ein Herzinfarkt auch häufig sehr, sehr anders darstellen kann. Zum Beispiel mit Oberbauchbeschwerden, mit Übelkeit, Unwohlsein oder aber auch Luftnot. Wo man dann auf den ersten Gedanken nicht unbedingt auf den Herzinfarkt kommt. Und das macht es manchmal auch etwas schwierig. Jetzt haben die Experten die Herzkatheteruntersuchungen gemacht und Stents implantiert. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine große Operation oder ist das ein kleiner Eingriff? Frau Lohse, war das für Sie ein großer Eingriff? Erinnern Sie sich noch daran? Ja, ich erinnere mich aber wirklich nur schwach, weil ich irgendwie, ich war wirklich erledigt. Und es war so dunkel in dem Raum und ich habe nur dieses Gewusel gemerkt, dass da etliche Ärzte im Gange waren. Und mehr weiß ich nicht, weil es nur irgendwie lange gedauert hat. Und dann bin ich auf die Intensiv gekommen und dann bin ich so ganz allmählich mal so wach geworden. Aber ich habe wirklich wenig davon mitbekommen. Sie haben ja insgesamt vier Stents bekommen, hatten einen schweren Herzinfarkt. Ja, genau. Hatten Sie den Eindruck, dass Sie, als Sie dann in die Reha kamen, zumindest Beschwerde gebessert waren? Ich war ja zweimal in der Reha. Ich war vom 10.3. bis zum, dann bin ich ja wieder rausgekommen. Auf alle Fälle bin ich nach drei Tagen wieder rausgeschmissen worden, genau, weil ich Startluftprobleme hatte. Ich konnte morgens kaum aus meinem Zimmer kommen. Da hat man mir sogar so einen Rollator gegeben, dass ich vorwärts gehen konnte und habe nur nach Luft gerungen. Dann hat man mich auf die Überwachung gebracht und dann hat der Arzt am nächsten Tag entschieden, also ich bin einfach nicht reha-tauglich, zurück ins Krankenhaus. Und das hatte ich selber schon. Das ist alles Retoure, innerhalb von zwei Wochen, das ist noch untauschrecht. Ja, aber wirklich, das war nicht so angenehm. Und dann war ich ja ziemlich lange bei Ihnen. Da bin ich nach drei Tagen, glaube ich, entlassen worden, genau. Und dann hatte ich eine ziemlich lange Zeit zu Hause, aber die war auch nicht schön. Ich habe mich wirklich gequält, weil ich dann die Atemnutz bekam. Ich konnte also nicht richtig durchatmen und habe mich wirklich schlecht gefühlt. Und bin dann am 20.03. bin ich wieder, nee, 20.03. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, damit ich das ja nicht alles vergesse. Ich bin vom 10. bis zum 24. im Heidberg gewesen und bin dann wieder kurz nach Hause gekommen und am 7. in die Reha, genau, am 10. wieder raus. Das war das erste Mal und dann war ich bei Ihnen bis zum 28.04. Und dann bin ich in die Reha gekommen und das muss ich sagen, das war richtig super. Ich kann nur sagen, liebevolle Betreuung. Rundum hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde jederzeit, was ich nicht hoffe, dass ich wieder so krank werde, wenn nur in die Kursmann-Klinik. Das hören wir sehr gerne. Der Professor Schwab und ich, wir kennen uns auch sehr gut und ich würde, wenn, dann auch mitkommen wollen. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir nur eine Sache unterschlagen, denn jetzt wird jeder Zuhörer denken, ja, da sind die Stents zugegangen. Deshalb hat jetzt Frau Lohse wieder Luftnot bekommen. Herr Dr. Wilde, was glauben Sie denn, was es neben einem Stentsversagen noch sein kann, warum jemand die Reha abbrechen muss und was war los mit Frau Lohse? Ja, weil normalerweise ist es so, dass man nach einem Herzinfarkt und wenn man Stents bekommt, sich wieder besser fühlt und eigentlich gut auf die Beine kommt. Und das war bei Frau Lohse leider nicht der Fall, weil durch den Infarkt ein Bereich des Herzens halt nicht mehr gut schlägt. Und dadurch hat sich die gesamte Herzfunktion so verschoben, dass an der Herzklappe, an der Mitralklappe gezogen wird und eine funktionelle, hochgradige Schwäche dieser Klappe aufgetreten ist. Und diese Problematik hat diese Luftnot verursacht. Darunter hat sich Wasser bei ihr im Körper angesammelt, beidseits um die Lungen herum. Und wir haben versucht, das durch Medikamente einzustellen, dass sich das Herz erholt und auch damit der Herzklappenfehler. Aber, so wie Frau Lohse auch geschildert hat, ist es leider trotz der optimalen medikamentösen Therapie nicht besser geworden, sodass wir dann die Herzklappe interventionell repariert haben durch ein Mitralklip-Verfahren. Das heißt, wir haben die Herzklappe zusammengetackert und dadurch die Schwäche, den Rückstrom des Blutes verhindert. Jetzt ist das ja ein Audio-Podcast, Herr Dr. Wilde, und wir sehen Frau Lohse nicht. Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, womit ist, also was ist genau spezifisch an dieser, jeder Patient ist ja ein Einzelfall, aber was ist spezifisch eine Herausforderung gewesen, dass wir sagen können, okay, Mitralklipping, das ist ja eine Standardprozedur im Halbberg-Krankenhaus. Aber was ist besonders daran? Warum musste man da auch nochmal drüber nachdenken, wie man es macht und ob man es macht? Ist da etwas Spezielles, was wir bedenken müssen? Also generell ist es so, dass man bei allen größeren Herzklappeneingriffen sich den gesamten Patienten anschauen muss, um das Verfahren auszusuchen, welches für den Patienten das geringste Risiko darstellt. Und es gibt die Option der Operation, also durch die Herzchirurgie, oder die interventionellen Verfahren, wie zum Beispiel den Mitralklipp. Und welche Entscheidung für welches Verfahren getroffen wird, wird zusammen im sogenannten Heart-Team in der Herzkonferenz zwischen Kardiologen und Herzchirurgen entschieden, um zu gucken, gibt es noch weitere Erkrankungen des Patienten, wie hoch ist sein operatives Risiko, ist es überhaupt von der Anatomie her technisch möglich, jemanden zu operieren oder zu intervenieren. Und das sind alles Fragestellungen, die man sich vor einem solchen Angriff anschauen muss, durch exakte Bildgebung mittels Ultraschall und Schluckultraschall, gegebenenfalls auch mit CT- oder MRT-Untersuchungen. Genau, worauf ich auch hinaus wollte, war, dass diese Katheter, mit denen wir über die Vene im Herzen die Klappe reparieren, die sind konzipiert für 1,80 Meter große Kerle, 90 Kilo, also ein richtiger Hamburger Schönheitsideal. Und jetzt ist das Verlosen ganz hart so, und auch da muss genau dieser Katheter hineinpassen. Also wir haben uns tatsächlich auch den Kopf zerbrochen, kommen wir da um die Ecke bei so einer kleinen Anatomie und klappt das alles. Aber wir haben das, glaube ich, gut besprochen, Frau Lohse. Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, wie viel wir hin und her gesprochen haben. Und dann haben wir uns dann doch dafür entschieden. Haben Sie diese Entscheidung direkt bemerkt? Also als Sie entlassen worden sind, war da ein Unterschied? Ja, das war schon ein Unterschied. Also da habe ich eine merkliche Besserung gespürt, was die Luft anging und überhaupt mein ganzer Zustand war. Sehr viel besser, sonst hätte ich ja gar nicht so in der Reha durchhalten können. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man dann wieder richtig auf die Beine kommt. Das liegt ja auch daran, wie gut man sich überhaupt belasten kann. Und hatten Sie den Eindruck, es wird jetzt von Woche zu Woche besser? Das ist jetzt knapp drei Monate her. Haben Sie den Eindruck, es geht so den richtigen Weg? Ja, es war sehr langsam, muss ich sagen. Am Anfang ging es schneller und jetzt habe ich so das Gefühl, es stoppt so ein bisschen. Aber trotzdem, ich fühle mich nicht schlecht. Ich fühle mich sehr, sehr viel besser als vorher und habe das Gefühl, ich bin wirklich auf einem guten Weg. Ich darf mich nur nicht zu sehr belasten. Das merke ich schon. Also wenn ich schwere Sachen im Haushalt machen möchte, dann bleibt mir doch noch die Luft ein bisschen weg. Also ich glaube, es braucht auch seine Zeit. Möglicherweise braucht es noch seine Zeit. Und es gibt natürlich auch noch diese Nebendiagnose des Vorhufklimmerns. Die kann auch noch mal dazu führen, dass man so ein bisschen Pumpkraft verliert. Also ich denke, dass Sie auf einem sehr guten Weg sind. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir freuen uns auch, dass es Ihnen besser geht. Und nach dem großen Lob an die Kurschmann-Klinik geht von Ihnen natürlich unser Lob auch an Sie, weil Sie uns so sehr unterstützen mit diesem Interview, auch den Schwestern und Pflegenden hier und den Ärzten mal eine Rückmeldung zu geben, was passiert eigentlich mit all diesen Menschen, die hier Tag ein, Tag aus im Heidberg-Krankenhaus behandelt werden. Deshalb noch mal ganz herzlichen Dank vom gesamten Herz-Team, das geht hier aus Klinik Nord in Heidberg, an Sie, Frau Lose, für die Bereitschaft, mit uns zu sprechen. Und natürlich auch an unseren Experten, Herrn Dr. Wilde. Vielen Dank und alles Gute. Also sehr, sehr gerne. Und ich habe Ihnen ja sehr viel zu verdanken. Wenn Sie mich nicht behandelt hätten, würde es mir jetzt nicht gut gehen. Vielleicht wäre ich gar nicht mehr. Also den Dank gebe ich auch gerne zurück. Das freut uns sehr. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Tschüss zusammen. Ja, danke. Tschüss.